herzlich willkommen ein freunde zurück zu lego harry die jahre 1 bis 4 wir befinden uns zurzeit im vierten schuljahr wir nehmen am trimagischen turnier teil und termine kann ihren zeitumkehrer benutzen mal schauen mal schauen ok da ist die kiste ja sehr schön ich würde da wieder rauskommen danke oh mein gott aua das ist aber gemein jetzt hätte er schon als schüler in gefahr ne ne ich denke nicht den haben wir hier den thomas oh den 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 war der echt dunkel also ich glaube im film war er nicht dunkel da haben sie mal wieder hier dieses washing da betrieben glaube ich sechsten teil hat man den glaube ich gesehen ne ich kann jetzt mit termine die ganze zeit herumlaufen das finde ich spannend das haben wir äh ne kerze die tun wir mal wieder irgendwo hin oh das ist noch ne kerze ach die schwebt einfach ok und was machst du hier ja sehr schön du 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 Weil anscheinend können wir wohl das ganze Schloss jetzt so durchsuchen. Und ich weiß nicht, ob das unsere Mission gerade ist. Was ist jetzt hier? Ah, okay. Ich würde hier gerne einmal hier drehen. Aber es geht nicht. Okay. Gehen wir einfach mal weiter. Äh, okay. Okay, das lädt. Ah, okay. Ich bin raus aus dem Modus. Okay, ich glaube, das war nicht so richtig. So, hallo Sir Nicholas. Hallo Schüler. Sir Nicholas, sie haben ja... Wieso heißen sie eigentlich der fast kopflose Nick? Wollen sie es sehen? Ja. Oh, warte, da sind Kisten. Okay. Sehr interessant. Lass ich da gerade Fische alle runter oder was? Keine Ahnung. Komm ich da überhaupt runter? Nee, okay. Okay, okay. Ich gehe weiter. Ich bin schon weiter. Da, 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 da. Na oben müssen wir nicht. Also nach links. Also irgendein Unterricht wahrscheinlich. Bestimmt hier. Äh, wie heißt das nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Oh mein Gott. Verteidigung gegen die, gegen die dunklen Künstler. Da muss ich gar nicht hin. Sir Nicholas, wo muss ich? Ach, ich muss da oben hin. Okay, okay. Ich komme, ich komme sofort. Wir müssen nur einen Schritt voraus. Nur einen Schritt. Hopp, hopp, hopp. Ja, okay. Mit ihm hier. Hm. Oh, was ist das denn? Grotia. Huh? Ah. Hä? Ich, 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 ich erkenne dieses Ding da nicht mal. Achso, Fossilien. Köpfe. Einfach nur Köpfe. Okay. Knochen. Welcher Zauber war das jetzt? Reducto. Ah, Reducto machen wir. Cool. Reducto ist ein cooler Zauber. Das stimmt. So, 1 von 7. Ah, okay. Oh, ich will die Schüler eigentlich gar nicht retten. Also 1 von 7? Das war doch auch ein Knochen, oder nicht? Naja, egal. Wir haben ja auch hier unseren Lieblingszauberspruch. So. Wo haben wir Reducto? Da ist Reducto. Peng, Peng. 2. Nice. Also Totenschädel machen wir kaputt. Müssen wir hier ganz, ganz genau gucken. Hm. Da kann der Mini gleich auf jeden Fall noch ihr Zauberding machen. Oh, was ist hier mit? Piu. Oh, au. Uh. Hier gibt es aber viel diesmal. Wir haben auch noch ein Spinnnetz. Natürlich komme ich dran. Jetzt aber. Achso, das hatten wir gerade. Ja, okay. Sorry. Äh. Peng. Okay. Oh, warte. Hallo, lass mich mal hier. Danke. Hab ich es gemacht? Ja, hab ich. Gut. Das hat uns aber gefühlt gar nichts gebracht. Und hier können wir auch noch Lichter anmachen. Oh, und bevor ich es vergesse, das da oben auch noch. Nein, ich wollte ihn nicht retten. Kacke. So. Dann hier einmal. Äh, Dingsen. Anmachen. Sehr schön. Dann haben wir noch einen Ehewicht. Und Peng. Bum. Fünf, fünf, fünf. Hier haben wir noch so ein Dings. Okay, dann mache ich erstmal euch hier. Und dann mache ich hier. Hä, ich kriege das nicht. Doch, jetzt. Jetzt kriege ich es hin. Dann machen wir auch noch das. Und dann hier. Sehr gut. Ah, nice. Zwei Sachen. Einmal One und einmal Partner. Weiß ich nicht. Könnte Partner sein. Da bist du. Pavati, Balkite. Achso, Pavati. Okay, cool. Ja, dann retten wir dich jetzt. Und den da hinten. Bitteschön. Ich rette euch natürlich gerne. Die Doktor gelernt. Nice. Ah, unser letzter Zauber. Und noch ein Goldstein. Zack. 56. Nice. Ja, man merkt so langsam. Es neigt sich dem Ende zu. Dieses schönen Ablegers. So, okay. Dann bin ich mal hier wieder weg. Tschüss, Leute. Oh, warte, warte. Was kann Hermine hier machen? Natürlich jetzt die große Frage. Was kommt hier raus? Okay. Harry. Oh mein Gott, sechs. Warte, hier ist noch was. Oh, da in der Mitte. Ich blindfisch. Da war noch was. Oh, danke. Jetzt haben wir aber hier alles. Denke ich. Aber dann sammeln wir das auch noch ein. Und dann können wir hier weitergehen. Sehr gut. Das hat sich gelohnt. So, Nikolas, wo sind sie denn jetzt schon wieder? Bist man da links? Ja. Hallo, ihr Süßis. Oh Gott. Geh weg, du Dementor. Äh, nach rechts oder nach links? Naja, ich folge denen einfach mal. Ich denke... Oh, ich denke, wir wissen alle, wo wir jetzt hingehen. Zu den Drachenspielen, glaube ich. Haha. Tschüss, Draco. Flieg da mal ein bisschen herum. Es regnet ganz schön oft hier im Spiel. Ne? Im vierten Teil ist so eher das Regen-Gate. Das Regenspiel. Ich meine, ich liebe Regen. Ich habe nichts gegen Regen. Aber trotzdem... Aha. Hallo, Dumbledore. Na? Soll ich dich angreifen? Nein? Okay. Mal gehen wir mal in ein Zelt rein. Oh, Kniplack-Klick-Kluck-Klick. Oh, nein. Musste ich wieder mit diesen Dingern da kämpfen Also ich muss mal eben hier mein Wingardium machen Weil dann geht alles leichter gefühlt Und ich glaube ich glaube wir müssen damit durchgehen So Hermine, du kannst das da eben weg machen, super Okay, okay, wir gucken mal Da greif ich mir ja schon an Aha Ich meine, wenn ich mich schnell bewegen kann Kann ich hier eigentlich was kaputt machen? Oh, kann ich sogar Ist das da? Weiß ich nicht Okay Ich lasse ihn jetzt einfach mal hier alles zerstören Super Aua Aua Obwohl, der hat mich gar nicht getroffen Was hiermit? Kleiner Sehr schön Aua Und hier bitte auch noch zerstören Oh Oh, er hat mich hier zerstört, Leute Okay Okay Was mache ich jetzt mit dem Zeugs, was ich jetzt hier bekommen habe? Das ist alles rot Aua Ich stelle mich auch da drauf Ganz ehrlich Das ist ein Schwert Hier sowas Okay Damit kann ich aber auch nichts machen Wir gehen mal in einen rein Ich kann mir nicht vorstellen, als ob er so dumm ist, wenn er uns hier nicht sieht Das bringt ja gar nichts Gefühlt Das bringt doch nichts Ja Ja Warte, ich kann diese Brocken auch noch kaputt machen Ja Warte, ich kann diese Brocken auch noch kaputt machen Ja Jetzt haben wir da einen Wuff, wuff Sehr interessant Sehr schön Wir können weiter Hä Hä Alter Jetzt können wir hier kaputt machen Nichts mehr Okay So Alter Schwede, ey Das Level habe ich nicht allzu oft gespielt, weil meistens habe ich bei Ja, drei aufgehört, weil ich hatte nie so wirklich Lust auf Ähm Auf den verbotenen Wald Ich finde dieses Level immer so schrecklich Wirklich Ich kann sie auch nicht sehen Ich kann sie nicht mehr sehen Ich kann sie nicht mehr sehen Ich kann sie nicht mehr sehen Ja, ich brauche Blumen aus So Ich würde gerne wieder hier hin Super Ist überhaupt irgendwo ein Kessel? Ist das da drauf? Oder hier drauf? Ah, da drauf So, der kann da tanzen Wir haben Wir haben einen Kessel Sehr schön Jetzt nehme ich mal rein Das nehme ich auch Ah, das machen wir kaputt die Put Ich weiß zwar noch nicht wofür ich das da brauche, aber ist nicht so schlimm Oh, her damit Und rein da Und trinken, trinken Sehr gut Ah, hätte ein bisschen schneller gehen müssen Denn jetzt müssen wir hier warten Aua So Komm, mach mal bitte hin, ne Sehr schön So, jetzt können wir hier machen Perfekt So, was bringt das denn überhaupt? Okay, er hat sie erschreckt Das hat's gebracht Genau, Hermine, komm doch mal runter Eher besser für dich Das stimmt Wieso steht das denn jetzt hier? Ich weiß es nicht Ach, das ist vorhin runtergefallen wahrscheinlich So Du kommst da drauf, ne? Du kommst da drauf Oh, Hermine, ey Kannst du nicht warten? Was ist denn mit dem da los? Naja Pfff Okay Ah, ich verstehe Oh, Gott Ich bin runtergepumpst Ah, warte Oh, schnell, schnell, schnell Wasser, Wasser, Wasser Okay, wir haben's geschafft Wir haben's geschafft Alter Ich verstehe nicht, was da immer auf mich zu Fliegt hier Die komischen Dinger Wir haben da nichts Wir haben mir nichts gebracht hier im Spiel So Und hier raus kann ich wahrscheinlich eine Treppe bauen oder so Ne, kann ich nicht Ah doch, kann ich So, hallo Ewig Oh ne, er greift mich wieder an Aber du bist schon mal weg So, hier haben wir nochmal das Ah Herr Mini, ich brauch deine Katzi Komm bei Sehr schön So So, Harry Oh nein, 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 nein Lass das bitte da stehen Jetzt wird noch das hier Warte So Genau Und das hier Hui Und hoch mit mir Und peng, peng, peng Oh, das Ei, Harry Schnapp es dir Hm Guck mal da Dein Feuerblitz Akio, Feuerblitz Komm mit, Hermine Juhu Juhu Harry, er verfolgt uns Oh, super Super gemacht, Leute Toll Hallo Drachi Lass mich ein Drache sein Oh Hat er uns gesehen? Ich weiß es nicht Oh Gott, wir müssen fliehen Ich schaue jetzt hier einfach herum Oh, scheiße Nicht, nicht getroffen Nicht getroffen Aua Wir machen den mal auf Weil Wir haben hier wohl schon Zeit, wie ich sehe Ach guck mal, da ist jemand Da ist Fleur Drachenaufgabe, cool Naja, jetzt müssen wir aber laufen Oh Oh, da geht's runter Haha, ich hab geschütet Ich bin einfach direkt nach vorne gekommen Oh, einfach die ganze Zeit hier Y drücken Hu 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 Momental Ich meine, am Anfang kann man sich echt Zeit lassen, wie ich hier merke Ich finde Aber danach nicht mehr so Okay, okay, lauf einfach, Aline Lauf einfach Ja Dieser Drache, er ist tollwütig Guck mal da, Hermine Tschüss, Drache Achio, Feuerblitz Wuh hu hu Wow Wow, der Drache ist jetzt irgendwo noch in Hogwarts Wir haben es zwar geschafft Naja Zeig dem Jungen, wo es lang geht Ja cool, Leute Hätten wir das Level auch geschafft Wir haben Cedric erhalten Wir haben richtig viele erhalten Glaub ich Wir haben Fleur Und noch ein Hauswappen Zwei Zwei Hauswappen Sind wir wahrer Zauberer geworden? Oh Gott, ich glaube nicht Ne Naja, egal Egal Ja, ich würde dann sagen, das war's für heute mit Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4 Morgen kommt wahrscheinlich wieder nächste Mon Und ja Dann Bis Dann Obwohl, warte, wir gucken noch eben, wie viele goldene Steine wir haben Zwei Zwei Stück Okay, tschüss